Heute geht es um das OPSPOT TEL R. Welche Funktionen haben wir, wofür ist es gedacht und was kann das überhaupt? Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal rüber. So, das ist der Karton von dem OPSPOT TEL R. Mal schauen, was drin ist. Machen wir das jetzt mal auf. Mastermind on Air, die Verpackung, Handbuch. Dann haben wir hier den schön, sehr schön verpackt. Okay, machen wir das mal dazu hier. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Also mehr ist in dem Karton jetzt erstmal nicht drin. Der Rest ist wohl in der Tasche. So. So, das ist die TEL R. So sieht sie halt aus. Auf der Linse ist noch der Schutz. Den machen wir jetzt mal ab. Sonst haben wir gleich ein verschwommenes Bild. Hier haben wir einmal die Möglichkeit Micro SD. Ein HDMI-Anschluss, Micro HDMI. Und einmal USB-Anschluss. Einmal hier der USB-Anschluss. Power on. Mikro SD. Mikro HDMI-Anschluss. Damit man halt auch eventuell etwas so anschließen kann. Von unten haben wir eine Kontaktfläche. Ich gehe mal davon aus, dass bei der Kontaktfläche noch irgendein Zusatz demnächst kommt. Dann haben wir hier noch einen kleinen Klinken-Anschluss. Das hier, diese... Das sind kleine LEDs für den Power-Zustand. Okay, das war eigentlich schon mal die TEL R. Dann haben wir hier das USB-Kabel bestimmt. Zweimal USB-C. Dann haben wir hier noch zwei so kleine Tütchen. Einmal ein Adapter USB-C. Auf normal USB. Hier noch zwei. Nochmal ein Adapter. Das kann man in die Kamera stecken. Und dann hat man hier zwei USB-C. Wenn man es denn auch braucht. Das war es zur Kamera vom Karton her. Und dann würde ich sagen, dann richten wir das jetzt gleich mit der Software einmal ein. So, jetzt richten wir mal die TEL R ein. Und zwar habe ich hier das Kabel von Opspot, um Power-Over Ethernet zu kriegen. Alternativ kann man natürlich über diesen Zugang noch hingehen und wenn man keinen Router hat oder keinen Switch hat für Power-Over Ethernet, kann man hier halt eine externe Spannungsversorgung noch so reingeben, damit halt über das Gerät, über das Kabel sofort die Spannungsversorgung mitgeliefert wird von hier aus. Gut, was brauchen wir? Wir brauchen jetzt das Kabel, wir brauchen die Kamera, die Opspot. Und dann gehen wir mal hin, mache ich das mal hier ein bisschen ab. So, das lassen wir schön dran, weil je nachdem, wie ich das hinterher noch brauche von dem Kabel her. Dann verbinden wir erstmal das Netzwerkkabel. So, dann nehmen wir die Kamera. So, hier haben wir es verbunden. Ich habe ein Switch mit Power-Over Ethernet. Da stecke ich den jetzt eben mal rein. So, wie ihr seht, sind direkt die LEDs angegangen. Also Power-Over Ethernet funktioniert schon mal. Dann gehen wir jetzt mal hin und schalten mal um. Also, wie ihr seht, habe ich schon eine Tell-Air. Tell-Air-PC. Und wir gehen jetzt hin am PC und suchen eine neue Kamera. Geräte-Verwaltung und einmal hinzufügen. Wotspot. Weiter. Okay, hat er also gefunden. Wir starten die mal. Erfolgreich verbunden. Okay. Die benennen wir um. Hier kann man halt Kamera umbenennen. Tiere. Das wird meine Kamera für meine Katzen und meinen Hund. Und Verbindung über Wired. Jetzt haben wir hier auch Gerät 2 Update. Bisschen legen Sie die SD-Karte ein, bevor Sie aktualisieren. Ja, super. Habe ich jetzt gerade. Doch, ich muss die von der PC nehmen. Okay, dann stecken wir mal eine SD-Karte ein. Eine Micro-SD. Haben die ein bisschen doof gemacht. So, jetzt sitzt er. Okay. So, Firmware-Version 5.0.1.10.10 aktualisieren. Neue Firmware ist verfügbar kompatibel mit der Fernbedienungfunktion. Die Fernbedienung habe ich nicht. Sobald der Update-Programm beginnt, kann er nicht mehr abgebrochen werden. Der Opspot-Gerät wird nach Abschluss des Upgrades neu gestartet. Okay, machen wir mal. Also nicht trennen. OBS Studio. Hört es nicht an. Er macht jetzt das Update. Und gleich sollte er neu starten. So, nachdem die Software aktualisiert wurde, sieht man hier geht es wieder online. Eben war es offline. Hier sieht man jetzt die Daten. Drahtloses Netzwerk und Kabel gebunden. Was jetzt fehlt, ist der NDI-Schlüssel. Den gebe ich jetzt hier mal ein. Mal eben schauen, wo ich das mache. Und zwar unter mehr. NDI-Schlüssel. 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 Dieses schöne Fenster. Und jetzt geben wir den NDI-Code ein. Das mache ich natürlich jetzt nicht. Ähm, ich gehe mal eben mit dem Fenster raus, damit ihr das nicht seht. So. Also NDI-Modus, Küssel habe ich jetzt eingegeben. Jetzt können wir auch NDI aktivieren. Nach Aktivierung des NDI-Modus sind UVC-Übertragungen nicht verfügbar. Okay. Fertig. So. Jetzt haben wir den NDI-Modus eingeschaltet. Gehen wir mal auf Home. Und man sieht mein Bein. Super. Okay. So. Jetzt. Drehen wir die Kamera. Das ist jetzt komplett live. Also die Qualität ist schon mal super. Ich kann jetzt. Hier ist ja der rote Rahmen drum. Vielleicht lasse ich mit der Maus. Okay. Hier ist der rote Rahmen drum. Man kann das, glaube ich, auch klein ziehen. Nee. Aber die Auswahl kann man ändern. Das heißt, ich habe jetzt das volle Bild. Ich kann aber auch hingehen. Achso. Und hier könnt ihr diese Geschwindigkeit anpassen. Bildkröte langsam, Nase schnell. Wenn ich das jetzt auf ganz schnell mache und seht ihr, ist sehr flüssig und sehr schnell. Und wenn ich das auf total langsam mache, dann kann man halt feinjustieren. Dann ist es wesentlich langsamer. Also ich sage mal, ist langsamer, nicht wesentlich. Okay. Setzen wir das wieder auf die Mitte. So. So. Gimmelansicht aus. Dann können wir Reset-Modus. Hier können wir die verschiedenen Sachen nochmal abspeichern. Gestensteuerung. Ist alles an. Das machen wir jetzt gleich auch. Okay. Die Verfolgung ein- und ausschalten. So. Jetzt seht ihr, was gerade passiert. Machen wir das mal weg. So. Jetzt flackert das sehr stark. Ich bin jetzt innerhalb des Rahmens. Und wenn ich jetzt mich bewege, dann geht die Kamera und folgt mir. Und wenn ich wieder die Hand hebe, jetzt ist der Rahmen aus. Und jetzt folgt er auch nicht mehr. Dann gehen wir mal hin und haben wir denn hier noch, ähm, war die Gestensteuerung. Na, die Gestensteuerung. So. Ziel auswählen. Gut. Aufnahme starten, beenden. Ist klar mit dem, alles okay. Jetzt nimmt er auf die SD-Karte auf. Und es beendet. Das habt ihr hier rechts gesehen. Also auf eurem Handy, ne? Das muss halt auf eurem Handy sein. Dann, äh, Zoom. Mach ich das jetzt hier mal weg. Ach. So. Jetzt machen wir mal den Zoom rein. Oben rechts seht ihr, äh, was passiert ist. Also das hier wird auf der Kamera immer voll angezeigt. Und dieser Ausschnitt ist praktisch das, was denn gesendet wird. Okay, jetzt gehe ich hin. Und zoom wieder raus. Jetzt seht ihr hier oben rechts in diesem Kontrollbild, was rausgesendet wird. Jetzt bin ich im Vollbild. und gehe wieder in den Zoom rein. Mal gucken, was, gucken jetzt mal, was maximaler Zoom ist. Okay, mehr geht nicht. Das ist also der maximale Zoom. Und wieder raus. Dann gibt es noch den dynamischen Zoom, wenn man das mit zwei macht. Na? Oder nicht? Ah, okay. Wie ihr seht, je nachdem, wie ich das mit den Fingern mache auf die Kamera, kann ich das halt rein und raus zoomen. Also die Bewegung muss doch etwas schneller sein. Jetzt haben wir den Zoom. Und dann zoomt er wieder komplett raus. Welche Optionen haben wir noch? Ah, nicht. Kann man Verbindung beim Wählenden trennen? Nein, wir wollen nicht trennen. Okay, ich bin ja in Home. Und wenn man dann nochmal auf Home klickt, dann hat man das. Hier kann man direkt umschalten aufs Gesicht. Das heißt, er hat dann eigentlich schon ran gesoomt. Nehmen wir auf Auto. Auto ist die Verfolgung. Und weit. Ja, geht auch ins Vollbild. Also hier, das sind so Art, ich sag jetzt mal Schnelltasten. Hier kann man den ISO-Wert alles per Hand nochmal einstellen von der Kamera. Ein Gitter. HDR. Okay, jetzt ist er im HDR-Modus. Hier kann man jetzt auch das eingebaute Mikrofon nehmen. Bei, naja, ich weiß jetzt nicht, ob man was hört. Ein Echo gibt. Ja, man sieht hier, dass doch was ankommt. Eins, zwei, drei. Geräuschreduzierung. Gesicht, Autofokus, Gesicht, Autobelichtung, UVC. Okay, NDI. Wenn man diese anderen Modis benutzt, dann kann man natürlich den NDI nicht nutzen. Hier haben wir jetzt noch die Bitrate. Steht bei mir auf 30. Encoder, H264 Bitrate. Die Auflösung ist 4K. Achso, hier bei NDI. Hier kann man ja jetzt nichts ändern. Und ich bin der Meinung, wenn ich jetzt NDI ausschalte. NDI aus. Jetzt müsste ich die Werte ändern können. Genau, hier kann man es jetzt ändern. Auf 4K NDI. Die Aufnahme NDI-HDMI unterstützt gleichzeitig nur das Auswählen eines 4K-Streams. Ja, fertig. Jetzt hat er also NDI-SRT geändert auf 4K. Jetzt gehen wir nochmal zurück und aktivieren 4NDI. Fertig. Fertig. Und jetzt müssen wir hier nochmal reinschauen. Und jetzt haben wir bei NDI auch 4K. So, Tel-Air-Einstellungen. Aufnahme beim Einschalten. Ne, brauche ich nicht. Automatisches Ausschalten. Welche Optionen haben wir? Okay. Geplante Einschaltung. Wie kann man denn hier planen? Okay, wenn man aus irgendeinem Grund, ich sag jetzt mal sein Tier oder so, man weiß morgens macht er halt ein paar Laber, dann kann man die Kamera einschalten und direkt aufnehmen. Also man kann die Sachen ja miteinander kombinieren. So, dann haben wir noch hier unten die Menüs. Das heißt, man kann halt hochkant oder... Ich schalte ihn jetzt mal um. Okay, dann müssen wir den NDI-Modus mal eben beenden. So, NDI-Modus fließen. Jetzt wechseln wir hochkant. Jetzt ist das Video in hochkant. Und so sendet er das dann auch raus. Also das hier, wenn es hochkant ist. Man kann natürlich den Gimbal dementsprechend jetzt noch drehen. Jetzt hätte ich praktisch hochkant, das Video. Jetzt ist es auf dem Kopf. Das kann man aber im Menü, kann man das halt ohne weiteres noch ändern. Also NDI-Modus ist wieder an. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Kamera zu Hause habe, kann ich die Kamera überall hinstellen, solange ich eine WLAN- oder eine Netzwerkverbindung habe. Das NDI geht über WLAN oder aber auch über Festkabel. So, dann gehen wir jetzt mal hin und machen wieder den Quermodus ein. Na. Okay, man muss den NDI dann immer abschalten, wenn man was ändern möchte. Und jetzt könnte man halt hingehen und die Kamera hochkant stellen. Und jetzt hätte man, gut, das kann man im Menü noch umstellen. Das heißt, 180 Grad Drehung, dann wäre es genau passend. Wenn ich es so mache. Ja, so wäre es jetzt passend. Das heißt, wenn man die Kamera auf den Gimbal, ja zum Beispiel auf den Gimbal setzt oder auf den Stativ und man das in diesem Winkel setzt, dann hätte man halt die Möglichkeit, ich zeige es mal in der Kamera. Also man hat hier, wo mein kleiner Finger gerade ist, da hätte man jetzt die Möglichkeit hinzugehen. Dann, ich mache mal eben ein Großbild. Dann hätte man, das ist die Rückseite. Und jetzt hätte man praktisch, wenn hier auch ein Stativ wäre, dann hätte man hier jetzt auch das Hochkantbild. Gehen wir mal wieder raus aus dem Hochbild. Dann haben wir AI, dann haben wir den Gimbal. Hier können wir ihn halt zoomen, raus zoomen. Und einmal komplett in die andere Richtung. Machen wir mal auf schnell. D1, das was wir, wenn wir was abgespeichert haben, seht ihr ja oben rechts in dem Bild. Der Rahmen ist wie gesagt das hier, was gesendet wird. D2, D3. Auf hold, wenn man hier unten rechts hold drückt. Jetzt nimmt er auf. Okay, jetzt nimmt er auf. Und man kann dann auch ein Foto machen. Also man, so, Foto. Und Stopp. Man kann wohl kein direktes Foto hier einfach mal eben drauf drücken. Gut, ist ja auch eine Videokamera. Deswegen so einen Schnappschuss kann man zwischendurch mal machen. Hm. Ja. Das war es eigentlich mit der Handysteuerung. Hat euch das Video gefallen? Hinterlasst doch bitte ein Like. Oder ein Abo. Und meine Frage ist, welche Kameras nutzt ihr? Oder was haltet ihr von der Opspot? Schreibt es gerne in die Kommentare. Danke und Tschüss. Dankeschön. Dankeschön. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020